...einer Grundierung vorbereiten. Darauf kommt eine Masse, mit der Zwiebelsteine imitiert werden. Mir ist das sehr wichtig, dass das ein Profi macht, weil ich das mit Sicherheit nicht hinkriege und für eine lehrlichen Organisierung. Das ist wasserabweisender Putzmörden, für innen und außen zu betrachten. Die Zwiebelsteine oft entsteht aus einer speziellen Stempeltechnik. Der elastische Stempel wird jedes Mal mit einer Flüssigkeit auf Alkoholbasis eingesprüht, damit der Putz nicht am Stempel treten bleibt. Ja, das kann man nur lassen. Weil die Stempelbilder ineinander passen, entsteht ein ein- und zwanzigsten Stempel. Es gibt übrigens auch Stempel im Holz- oder Fliesenabdruck. Nach zwei Tagen ist der Putz durchgetrocknet und kann angestrichen werden. Willi mischt verschiedene Grautöne und nimmt zum Auftragen den Schwanz. Unregelmäßig setzt der Malermeister helle und dunkle Akzente. So wird die Ziegelstein-Irision perfekt. Dadurch, dass wir die Erhöhungen nur anbieten, bleibt das Zwiebel in nächster Richtung. Und dadurch erreichen wir natürlich diese Platz zu so gut in den Stein. Ich bin total begeistert. Sie sieht so richtig echt aus. Steinwände findet man immer wieder beim sogenannten Loft-Stil. Ein Loft ist eigentlich eine alte Lagerhalle, die als Wohnraum rumfunktioniert wurde. In diesem Stil wird... ... ... ...